Hallo, hier ist die MyWay, unsere neueste Errungenschaft, eine schöne 750, eine Honda. Das ist sie. Ja, mit dem Motorrad werden wir gleich fahren. Ein bisschen schmutzig ist sie noch. Jo, auf geht's. Hat einen schönen Koffer. Das Einzige ist jetzt, die Farbe beißt sich mit meiner rosa Mädchenjacke. Dafür hat sie ungefähr die gleiche Farbe wie meine Haare. Und sie ist urgemütlich hinten drauf. Ja, vorgestern gekauft. Dafür mussten wir leider unsere Phaser verkaufen. Weil drei Motorräder wären ein bisschen viel gewesen. Ja, die Phaser, die war an sich, ist ein klasse Motorrad für mich als Sozius hinten drauf. Für nicht so weite Strecken Astreihen. Hat total Spaß gemacht. Ist eben sportliches Sitzen. Aber so nach einer halben, dreiviertel Stunde, da taten mir dermaßen meine Beine hinterher weh. Weil der Kniewinkel einfach unheimlich klein war. Also so ein spitzer Kniewinkel, das ist nichts. So auf längere Zeit. Ja, und hier sitze ich einfach total bequem. Ich kann hier auch länger drauf sitzen, ohne dass meine Beine in irgendeiner Weise wehtun. Und wir haben dieses Motorrad inklusive aller Koffer, also drei Koffer, gekriegt. Und ja, ich kann mich hier hinten schön anlehnen. Ich sitze hier wirklich total bequem. Und das Allergeilste war, wir waren dann gestern, nachdem wir die dann angemeldet haben, sind wir dann auch noch gefahren, waren dann an der Bewer und haben dann da einen getroffen. Der hatte auch eine 750 und der war ein bisschen, achso, ich muss jetzt erstmal dazu sagen, wir hatten die ursprünglich, da war die Sitzbank abgepolstert, also für die Zara so eine Art Coole. Weil der Vorbesitzer war halt ein bisschen kleiner. Gut, mein Mann kam damit auch zurecht. Nur ich konnte dann so richtig schön über den Kopf von meinem Mann drüber weggucken. Ich habe ein bisschen mehr Wind dadurch abgekriegt, aber wir wären auch damit klargekommen. Jetzt war aber, wie gesagt, haben wir dann da an der Bewer auch einen getroffen, der auch eine 750 hatte. Der war auch ein bisschen kleiner als mein Mann. Und, ja, der hat dann die Original-Sitzbank aber drauf gehabt und war von der abgepolstert und ganz begeistert. Und dann haben die beiden kurzer Art getauscht. Jetzt haben sie beide die optimale Sitzbank für sich. Er hat die abgepolsterte und wir die originale. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Grüße an dich. Und, ja, und alles ist perfekt. Das ist auf jeden Fall, was ich bisher feststellen konnte, ein geniales Motorrad für auch längere Strecken, für mich zumindest, für hinten drauf zu sitzen. Mein Schatz ist auch ganz angetan davon. Ja, was will man mehr? Hatte auch den Kinnriemen zu, hatter. 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 Ah ja, das Einzige. Auf dieser Sitzbank rutsche ich wieder mal noch ein bisschen. Die andere war irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen anders bezogen. Und die hier müssen wir mal wieder noch mit Glasreiniger abreiben. Dann rutsche ich auch nicht. Also meine Hose hat so einen Arsch, ein Näher, der so ein Anti-Rutsch ist. Aber das nutzt ja nichts, wenn die Sitzbank gefettet ist. Ansonsten, wie gesagt, fühle ich mich pohlewohl hier hinten drauf. Ist natürlich mehr, was, ja, nicht so sportlich, aber so die Leute, die, ja, ist, ne, 750 halt, ist was für Tourer. Und schön für längere Strecken. Ja, und jetzt, weil das Wetter so schön ist, haben wir gesagt, tuchen wir mal erst mal Richtung, ja, Kürten oder so. Da mal irgendwie, ja, ein Käffchen trinken, wie wir halt so sind. Ah ja, und ich bin mal gespannt, wir haben nachher mal öffnen, zügiger fahren. Wie zügig das jetzt für mich ist, hier hinten, weil gestern war es doch zügig, weil die Scheibe ganz hochgestellt war. Jetzt hat mein Schatz die ein bisschen runtergestellt, weil auch für ihn es zügig gewesen ist. Ich weiß nicht, das ist eine komische Aerodynamik. Und er hat es jetzt ein bisschen tiefer gestellt. Und für ihn ist es jetzt nicht mehr so zügig. Und gestern hatte ich so mein Visier einen Schlitz offen, als wir ein bisschen schneller waren. Und dann hat das ganze Visier gewackelt und vibriert. Und dann bin ich gespannt, wenn wir gleich mal ein bisschen zügiger fahren, ob es dann immer noch so zügig ist hier hinten. Kann sein, dass ich dann durch ein paar Zentimeter runterstellen von der Scheibe die ganze Aerodynamik hier, keine Ahnung, wie sich das schimpft, also dass sich das halt geändert hat und ich nicht so einen Wind abbekomme. Dass der Wind also so oben drüber weg geht. Weil ich weiß nicht, ob man das erkennt. Die Scheibe, die hat einen Luftschlitz unten und dann verwirbelt das. Und dann, ich weiß es nicht, so ein Mechaniker hat uns das mal gestern erklärt. Also ich finde sogar, die sieht cool aus mit Scheibe. Besser als ohne, so von einer Frontansicht. Ja. Und ich meine, es ist immer Geschmackssache. Aber ich finde diese, klar, diese neuen, modernen Bikes, finde ich, sehen geil aus. Aber das hier, das ist so richtig, so, ja, so oldschool, so retro-mäßig. Und da finde ich, passen auch, und die gehören dann auch, nicht abgemacht und ausgetauscht, diese fetten Blinker und so und diese dicken Kastenspiegel, die die hat. Also ich finde, das muss auch bleiben. Solange es jetzt nicht, ja, stört. Also wenn jetzt die Blinker, Quatsch, die Spiegel flattern würden, dann wäre es was anderes. Aber so, von der Optik her, finde ich das geil, so wie es ist. Würde ich halt nicht ändern. Oh, da sollen wir hier in Herkenrad eine Kugel Eis essen. Ja. Und dann noch weiter hinterher zum... Ja? Oder hast du da jetzt keine Lust zu? Ich kann doch so machen. Ich meine, wir können auch jetzt weiterfahren, also so vom Feeling her. Ja, von mir auch noch. Ich habe schon gesagt, meine Frau, die will überhaupt nicht mehr abstehen. Da fahren wir noch ein Stück. Da fahren wir noch ein Stück. Macht so ein Spaß, ne? Ja. Bisschen quälen. Ja. Also bisher ist es jedenfalls auch mit ein bisschen offenem Visier. Vom Wind her super, ich merke nichts. Naja, wir fahren auch nur 70. Tja, ich habe jetzt keine Chance mehr, es auszuprobieren. Aber, naja. Wir sind nämlich jetzt gleich da. Muss ich es auf dem Rückweg ausprobieren. Sag, hattest du den Reifendruck eigentlich jemals jetzt überprüft schon? Ne, geht's mir wohl aus, als ob der Werk das gemacht hat. Ja, gehst du von aus, ne? Aber siehst du aus, du machst morgen wieder nach Hause. Guck mal, hier. Ne, da ist kein Fahrrad. Achso, stimmt. Ach, schön. Achso, ich muss ja so absteigen. Schönes Motorrad. Schönes Motorrad. Schönes Motorrad. Schönes Bike, echt. So, jetzt gibt's Käffchen.